hey leute ich muss euch hier wieder zu freestyle to basketball und wir sind hier schon in der gruppe mit unserem neuen small full der eigentlich schon mal ein powerful werden sollte aber naja jetzt haben wir ein small full mit einer neuen frisur den habe ich schon mal gegönnt für die letzten paar geld die wir hatten und wir starten mit yuki san und bazinga ja ein powerful warum eigentlich nicht so wir sind jetzt zwei small full mal gucken ob das was gehört oder ob wir hart auf die fresse kriegen aber naja werden wir einfach mal sehen so wir spielen hier ein center und zwei small full also sollte das eigentlich machbar sein ich habe also guckt also unsere mid range egal wo ich stehe ich habe eigentlich überall einen vollen kreis das heißt jeder ball den schwerfühlen geht ich schreibe so so powerful ist ein tier ich meine guckt euch ihn an ja und dann guckt euch mal diesen kleinen center und wo dann habe ich einen steam angeschrieben ich weiß ob ich da den ton eigentlich ausmachen kann aber wir rocken jetzt erstmal das game jetzt los geht's wir haben alle 100% worauf warten wir denn noch so wir haben zweimal vip unser mitspieler ist best player ok gut 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 5 minuten zeit um das title zu holen unser small full hat erstmal verkackt ey mit zunehmend und warum vorstelle so frei ist okay ist okay ist ja noch alles drin jetzt hier so schöner meine ersten punkte mein erstes ist alles okay alles okay das ist ja auch schon mal werfen es sind da zu stück ins kürzeln davon unser kopf hat sie sich so gut davon okay und das war auf jeden fall sehr eigenartig das muss so kopf und klingelt auch für dich gute ich bin man dachte ich richtig die freier wer es kommt sich frei und Das war der Assist. Zwei Punkte, zwei Assist. Was haben wir sonst? Nichts. Aber es ist nur ein 6 Punkt über den Fall. Nice geblockt. Easy. Easy. Ganz ehrlich, Small Outfall ist schon eine geile Position. Ah nein. Aus dem Arbeitsplatz. X. So. Er ist okay. Aber es ist okay. Okay. Ich bin mal raus und er wird... Er wird ein Dreier. Was ist auf dem 3? Ich weiß nicht. Verdammt, ich bin zu uns nachgucken. Boah, Monster-Block! Also hinterher doch gar nicht ran. Bleib dann doch bei dem. Je nach meinem Monster-Block. Äh, hätten wir den Ball heulen müssen. Schade. Wow. Ja, meine Schwarz. Oh, Freestyle. Freestyle-Move. Hab ich noch gar keinen. Ich muss gleich noch kurz, wenn ich noch ein paar Tickets habe. Ich muss ein paar mal gewinnen. Oh, ein Fader. Ein verkackter Fader. Aber der ihr verdammte... Ich bin raus, ich bin raus. Oh, war auch nicht. Ich bin zu spät. Aber okay. Ach, komm. Mergerlich. Jetzt noch ein. Aber klar, dass es nicht geht. Ganz zufrieden geht mir auf einmal. Bleib dran, bleib dran. Oh, da sieht's. Und der packt den Freestyle aus. Ist okay. Oh, pass auf, 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 pass auf. Schade. Und... Boah, nice. Boah. Okay, ey, ganz ehrlich, ich dachte irgendwie, ich stehe freier, ja. Und der Layup geht aber rein. Geht doch. Ganz ehrlich, Alter, die haben die noch geblockt, dann stehe ich noch frei, ey. Schade. Aber okay, wir führen mit drei Punkten, also alles okay. Oh, okay, der Monsterblock. Oh, okay, gleich eine Runde CSGO. Ja. Klar, warum denn nicht? Oh mein Gott, dieser Pass, der war... der kam nicht gut, der kam nicht gut. Oh, was geht's mit mir? Gut, dann war ich zu nah dran. Okay. War laut. Ah, der Pass kam gerade nicht gut an, da waren einfach zwei Leute im Weg. Ja, gut und, gut und nett, aber... O, das ist ja ein Wurf, wo man durchkam. noch eine minute okay schon jetzt noch einmal blocken und dann selbst noch mal pumpen das wäre doch mal ganz nett schade ist nicht gut an aber er weiß dennoch drinnen schön sechs punkte vier ist es ist das haben wir noch okay es geht schon weiter auf den spuren schaden soviel es ist drei blocks ein luchstuhl und setzte von drei armen schreien aber und kommen auch noch ein rassikon das ist gehen so ein wirst danach haben wir noch ein worf mit den letzten wohnen bitte pass raus wir haben zeit wir haben zeit ganz ehrlich ganz ehrlich ich bin auf zeit jungs zu spät zu spät 21 20 er mein danke nicht rein jetzt das war tödlich aber 21 20 gewonnen freut mich gut leute das war's dann für diesen part mit unserem charakter unser neues morgens schön zwei sieben stück oder zwei sieben stück auf jeden fall gut leute wir sehen uns beim nächsten mal wirklich gefallen hat schalt euch wieder ein bis dahin und ciao abonni 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 abonni